heute spielen wir wieder minecraft pocket edition auf dem handy ja und dann gehen wir gleich wieder in unsere welt ja der ofen brennt noch durch die letzte kohle wird gleich verschwendet und jetzt ja ja noch 16 fackeln und das war nicht geplant so bauen wir uns halt hoch mit unserem pflasterstein wo das dürfte reichen oh da geht es noch weiter noch mal schnell die kohle ab dann gehen wir mal oben hier ich habe jetzt auch das steuer kreuz wäre so das kreuz in der mitte weg gemacht oder beziehungsweise entfernt ja hier gibt es ja richtig coole sachen da war ich schon mal hier gibt es hier irgendwo nein ich glaube dann haben wir die hülle soweit komplett gesehen bloß das nehme ich noch mit großes kohle vorkommen und da ist meine spitze kaputt gegangen und immer schön wie daraus ist da vielleicht lange die uns nicht hier ist ein großes kohle vorkommen ich glaube die kohle sollte uns vorerst erstmal reichen das vorkommen 97 kohlen wir jetzt ganz neue gegenden hier noch nicht nämlich mit gehen wir weiter hier ist nichts so dann gehen wir jetzt gold und eisen so 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 Vielen Dank.